So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und eigentlich habe ich heute schon zwei Folgen gemacht, nämlich vom Kapitel 3 und von Giovanni, also eine extra Folge, wie man Krypto Suikun bekommt, deswegen seht ihr hier ganz groß auch Krypto Entei, die Sau, die mich überrascht hat, als ich gestern Giovanni machen wollte und plötzlich kam da Entei am Schluss. Wie wir jetzt wissen, kommt also Suikun aus dem Ballon und Entei konnte noch am Stop kommen, das wollten sie aber glaube ich heute am 11. umstellen, irgendwann, um irgendeine Zeit, ich habe das gestern alles direkt am ersten Tag gemacht und habe Entei bekommen, habe dann verloren und habe es dann aus dem Ballon geholt, dass ich Suikun habe. Das habe ich aber schon geklärt, heute war ich unterwegs, habe Arenen gemacht, äh, habe Raids gemacht, drei Raids auf einer Wanderung in Folge und plötzlich ist so ein schöner Mauzi-Ballon über mir geflogen und ich habe bisher nur einen Mauzi-Ballon gesehen, da hat die Nice gerade angerufen, ich habe gesagt, ich muss raus, das ist ein Mauzi-Ballon und als wir fertig waren mit dem Telefonieren, war der Mauzi-Ballon aber schon weg, seitdem habe ich keinen mehr gesehen. Heute, wo ich unterwegs war, ich habe die Kamera natürlich nicht dabei, äh, weil der Akku war leer, ich wollte die laden lassen, ich habe gedacht, ich muss heute eh nichts filmen, reicht, wenn ich sie heute lade, gerade natürlich, wenn ich meine Raids mache, unterwegs bin, oben am anderen Ende der Stadt fliegt so ein schöner Mauzi-Ballon. Ich gedacht, den machst du jetzt trotzdem, guck mal, was passiert, soll ja angeblich, äh, Jesse, James drin sein und so weiter, habe ich also mal dagegen gekämpft, habe das abgescreent und jetzt möchte ich mir diese abgescreente Aufnahme nochmal mit euch zusammen anschauen, dass ich trotzdem ein Video dazu habe, äh, der Mauzi-Ballon, Rigi-Rock regelt den Rocket-Ballon, so irgendwie. Das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall an, ich habe den Originalton ausgestellt, weil den Originalton, wie ihr hier hört, Moment, ist eh nur, da sind Autos, die vorbeifahren, da ist Vogelgezwitscher drin, das brauchen wir also nicht. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an, ich werde kurz dazu kommentieren, meine Meinung dazu abgeben, nochmal, äh, drauf gucken und ich war überrascht, muss ich sagen. Wie gesagt, es war das erste Mal, dass ich überhaupt gegen einen, ähm, Jesse-James-Ballon, gegen einen Mauzi-Ballon gekämpft habe. Bin also nach dem Raid so rumgelaufen, habe den Ballon gesehen, habe draufgedrückt, ganz typisch natürlich, um die Welt vor Verwüstung zu schützen, unseren eigenen Staat zu kreieren, Liebe, weit verurteilen wir, bla, irgendwie das erste, war das erste nicht komplett falsch, keine Ahnung, die Welt vor Verwüstung zu schützen, das haben die doch nie gesagt. Auf jeden Fall habt ihr Jesse und James gesehen und was ich sonst immer bei den Rocket-Bossen mache, ich packe mir immer meinen Rigi-Rock rein, mit Zielschuss und Steinkante, ich packe mir einen Kyogre rein, mit, äh, Kaskade und Surfer und ich packe mir das Despote rein, mit Katapult-Steinkante, weil ich mit dem Rigi-Rock immer schön die Schilde rauslocke, gerade bei den Rocket-Bossen oder auch bei Giovanni, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, wisst ihr das ja, Zielschuss lädt also eigentlich schnell die Attacke auf, Steinkante würde sonst eigentlich viel länger brauchen. Habe ich dann also Steinkante aufgeladen mit Zielschuss, habe gedacht, gut, die schilden ja eh ab, bräuchte ich eigentlich gar nicht drücken. Und dann habe ich gesehen, wow, Steinkante geht durch, es wird nicht geschildert, Rettan ist einfach mal tot, habe mein zweites Mal Steinkante aufgeladen mit dem Rigi-Rock gegen Sichlor, habe gedacht, jetzt schilden sie aber bestimmt, zack, geht durch, sehr effektiv, ist also auch tot. Und am Ende kam noch ein Kindwurm. Ist Kindwurm jetzt also das mächtigste Pokémon? Dann war ich in dem Moment schon etwas enttäuscht, weil ich dachte, Jesse, James, die sind schwieriger, aber ich glaube, die sind eh im Prinzip eher so als Gag eingebaut, dass jeder die Chance hat, gegen die zu kämpfen, gegen die zu spielen und dass jetzt keine ernsten Herausforderungen sind. Deswegen schilden die auch nicht, genau wie die normalen Rocket-Rübel schilden die nicht, nur die Bosse und Giovanni schilden, also ist das eigentlich keine Herausforderung. Die Pokémon, die sie hatten, waren auch eigentlich alle sehr schwach, da konnte man einfach so draufknallen. Dann habe ich also die Chance gehabt auf Rettan in Krypto. Wie ihr wisst, kann das auch Shiny sein. Ihr hättet also auch ein Krypto-Shiny-Rethan bekommen können. Ich habe die Shiny-Rethan-Familie schon voll. Shiny-Kryptos habe ich bisher noch gar keins. Da ist für mich auch eigentlich gar kein Anreiz da, die zu sammeln. Ihr seht auch, relativ schlechte IV-Werte braucht man auch nicht erlösen oder irgendwas. Dann die große Überraschung für mich, nachdem ich Jesse besiegt habe, war direkt James auch da. Das hat mich verwundert. Ich habe wirklich gedacht, ihr habt entweder den einen oder den anderen. Im Nachhinein ist das aber eigentlich Quatsch, weil die sind ja immer als Team unterwegs gewesen. Also ihr musstet ja sowieso, wenn dann gegen beide kämpfen und beiden was mitgeben. Habe also wieder mein gewohntes Team genommen mit Regirock. Habe dann geschaut, was nimmt er denn alles rein. Natürlich Smogon, aber was sind Pokémon 2 und 3, was er an den Start nimmt. Er hat natürlich auch nicht geschildert, genauso wie Jesse nicht. Lustig wäre es, wenn eine Runde 3 noch gekommen wäre. Mauzi aus dem Ballon klettert und sagt, miauz genau. Und dann kämpft ihr trotzdem einmal noch gegen Mauzi. Das wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Hier gibt es sogar eine gegnerische Attacke. Also Rettan ist gleich down gewesen. Smogon, Smogmog, nee Smogon. Hat auf jeden Fall mehr ausgehalten. Und um nicht alles nur mit Regirock zu machen, habe ich dann sogar extra gewechselt. Habe dann mal das Kyokre reingeholt, habe meinen Surfer aufgeladen, habe mit Surfer dann da drauf geknallt. Aber wie ihr seht, im Prinzip haben die beiden einfach keine Chance gehabt. Am liebsten hätte ich jetzt nochmal gewechselt und das dritte Pokémon von ihm mit dem dritten Pokémon von mir gemacht. Also mein Despo da. Aber ich musste ja warten mit dem wechseln. Ging sich also nicht aus, außer ich hätte mich die ganze Zeit angreifen lassen und hätte nichts gemacht. Habe dann einfach nochmal einen Surfer drauf geknallt. Somit war James also auch besiegt. Einen Tunnel hat er also noch gehabt als letztes. Wieder die Chance natürlich, wenn ihr das Smogon bekommt, dass ihr einen Shiny Smogon bekommen könnt als Krypto. Genau wie bei Rettan. Ich habe auch von vielen schon gesehen, die eben einen Shiny Rettan oder Shiny Smogon jetzt als Krypto bekommen haben. Aber ich sammle keine Krypto-Shinies. Ich will die normalen Shinies alle als Familien. Krypto-Shinies ist mir schon wieder ein zu hohes Ziel. Wenn man mal eins kriegt, okay. Aber die meisten erlösen das dann trotzdem. Entwickeln das und sagen, oh ich habe jetzt die Familie voll. Aber auf diesem Wege, dann müsstet ihr ja trotzdem die Familie voll haben und braucht nochmal beide. Und eins normal, eins zum Entwickeln, dass ihr zweimal die Krypto-Shiny-Familie voll habt und die normale Shiny-Familie. Und das sprengt irgendwo den Rahmen, wie ich finde. Deswegen, mir reichen die normalen Shiny-Familien. Und bei den Kryptos geht es ja eigentlich wirklich nur darum, dass ihr gute IV bekommt, die erlöst und euch vielleicht Hunde daran bastelt. So, das war es dann eigentlich. Also, Video müsste zu Ende sein. Da habe ich nur nochmal geguckt, ob in der Nähe noch was ist. Bin dann nochmal runter in die Stadt gelaufen. Da habe ich dann auch noch einen, noch den dritten Fünfer-Raid bekommen. War also mein erster Mautzy-Ballon, den ich erlebt habe. Gegen Team Go Rocket, nein, gegen Jesse und James. Wenn gegen Mautzy auch noch gegangen wäre, das wäre natürlich noch lustiger. Ihr habt sicherlich auch schon einen Mautzy-Ballon gemacht. Beziehungsweise habt ihr schon einen Mautzy-Ballon gesehen? Habt ihr schon mal gegen einen gekämpft? Habt ihr vielleicht ein gutes Retter, ein gutes Smogon bekommen? Oder habt ihr sogar einen Shiny bekommen? Schreibt es da mal in die Kommentare. Das wollte ich euch trotzdem mal zeigen, weil es ja Leute gibt, die noch gar keinen Ballon gesehen haben. Oder nicht dagegen kämpfen konnten. Oder anderweitig zur Vollständigkeit. Jetzt also auch der Mautzy-Ballon als Video festgehalten auf meinem Kanal. Das war es aber schon von meiner Seite aus. Habt mir hier notdürftig da dieses Bild zusammen geschustert. Pupsi war das auch schon. Wir wollen nämlich jetzt noch Raclette machen. Wir wollen noch einen krassen Film gucken. Ist nämlich jetzt Samstag, bei euch auch. Und das haue ich dann heute Abend noch raus. Irgendwann nach dem Essen. Wie gesagt, das war es von meiner Seite aus. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer, wo ist hier Stopp? Da drüben. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.